Kirschblush und Ananas-Highlighter, die habe ich vor kurzem entdeckt und musste sie unbedingt mitnehmen. Das Packaging ist einfach unfassbar schön und dieser Blush hat sogar einen Ombre-Effekt. Ich liebe einfach genau das an Make-up, dass es so vielfältig sein kann. Ich meine, das sind sogar Kirschen eingestanzt. Ich habe noch kein Blush drauf und bin dann einfach direkt in das Produkt reingegangen und dann ist mir aufgefallen, wie unfassbar krass das noch Gummibärchen riecht. Kennt ihr diese Kirschgummibärchen? 1 zu 1 riecht es so extrem lecker. Direkt als ich ihn aufgetragen habe, war schon sofort Pigment da und es sah einfach unfassbar schön aus. Der Blush hat nämlich solche Schimmerpartikel drin, was so ein bisschen mehr Glow verschafft noch. Und da der Blush mehrere Farben hat, kann man zum Beispiel auch auf eine Seite weniger Pigment auftragen. Als nächstes kommt der Ananas-Highlighter und seht ihr diese Ananas? Das erinnert mich so an Spongebob's Haus. Hier kriegt man drei verschiedene Highlighter, der goldene ist mir allerdings ein bisschen zu dunkel, deswegen habe ich den in der Mitte genommen. Und ich dachte tatsächlich, der wäre ein bisschen stärker, aber ich finde es so gut, dass er nicht so stark ist, weil er sieht so natürlich aus. Falls ihr fragt, ich habe die bei Rossmann entdeckt.